Lass jetzt ein Like und ein Abo da, dann wird dein NoSkin zum ReakinExpert. Also riskiere es nicht. Lass jetzt unbedingt ein Like und ein Abo da. Hello? Hey, oh mein Gott, ReakinExpert. Hello? Warte, ich spreke German. Ja, ich spreke German. Alicia, Lily, Tucker King. Ey, seid ihr Mädchen? Hallo? Wir sind Mädchen, ja. Alter, krass. Und ihr sprecht auch noch Deutsch. Was ein kranker Zufall. Lass mal einen Win holen. Seid ihr gut in Fortnite? Ja, ich bin die Beste. Willis, wir sind die Beste. Seid ihr gut in Fortnite? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! No fucking way! Holy shit! Headshot! NoSko! Holy shit! Leco mio Popo Blanco! Die Pablo Escobar! Esta Fuente, die... Oh mein Gott! Ja, aber generell, Boys sind nicht so gut wie Fortnite, wie Mädchen, so. Ey, was soll das jetzt heißen? Ja, wir sind viel besser als du, so. Ich kenne halt aber auch kaum Mädchen, die Fortnite spielen. Und wenn ich Mädchen kenne, die Fortnite spielen, die sind gar nicht gut. Was labert ihr? Ey, es kommt auf jeden Fall ein Team mit. Zeig mal, was ihr so kennt. Die eine spielt sogar auf Handy völlig lost, Alter. Da ist die Chinesin. Hallo, Ni Hao, Xing Shang Shang, Chinesin im Karton. Ni Hao. Laberst du? Echt so? Bist du Chinesin? Taka King, Arigato. Kannst du Chinesisch? Ey, gönn mal ein Mini. Gönn mal ein Mini schnell. Oh mein Gott, sie geht direkt down. Ich bin übergeben, ich bin übergeben. Das war's ja wohl wirklich komplett. Warte, warte, warte. Ich carry. Kein Stress. Ich hatte, ich hatte Ding. Ich hatte einen Granatwerfer, ne? Scope AR. Beste Waffe. Der ist überhaupt gar nicht mehr da. Hast du ihn geholt? Ja, Digga. Mit Granatwerfer. Ey, warte. Warte, wenn ihr drei Mädchen seid, so, spielt ihr dann, spielt ihr dann immer nur mit Mädchen quasi, oder wie? Wir sind halt ein Clan. Ihr seid ein Clan. Ey, ich will auch in euren Clan. Ja, aber das ist ein Mädchenclan. Ey, ich bin doch auch ein Mädchen. Nein. Hört ihr das nicht? Ey, ich bin auch ein Mädchen. Ich bin unbedingt in euren Clan. Doch, bitte, lass mich rein. Nein, glauben wir nicht. Kannst doch eh nicht. Ey, doch, ich bin ein Mädchen. Lass mich bitte in euren Clan. Wir haben ein paar, viele Voraussetzungen, so, ich denke... Was für Voraussetzungen? Ich bin auch ein Mädchen. Bitte, ich hab ein Recon-Expert. Das ist doch egal. Wenn du schlecht bist, dann kommst du erst recht nicht rein. Und du bist ein Junge. Nein, ich bin ein Mädchen. Ich bin gut. Du willst ein Mädchen werden. Nein, okay. Okay, ich bin ein Typ. Ich bin ein Typ. Aber hä? Wieso nehmt ihr nur Mädchen in euren Clan? Das ist so übel rassistisch, man. Ja, Mädchenclan sind doch generell viel besser als Jungs in Fortnite. Dann labe ich, du. Hast du über... gelernt? Was? Wie? Ihr seid besser? Sag mal, sag mal bitte, wie viele Mädchen bei der WM dabei waren im Gegensatz zu Jungs? Ich bin die WM. Ja, Fortnite-WM. Völlig lost, Alter. Wir waren in der WM. Ja, ihr wart in der WM. Nein, ich kenn euch nicht. Ihr seid fucking randoms. Völlig lost. Du bist unser random. Krasser Trashtuck. Ich bin euer random. Ey, aber jetzt mal ehrlich. Okay, fangen wir an mit Lilly. Lilly, seit welcher Season spielst du? Äh, Season 4. Season 4. Okay, was ist dein Kill-Rekord? 15. 15. Solo vs. Squad. Solo vs. Squad, 15 Kills. Ja, für einen Season 4-Spieler muss man schon mindestens 20-Bomb machen, wenn man seit Season 4 schon spielt. Und dann wollt ihr mir erzählen, dass ihr besser seid. Egal. Ja, okay, dann die Chinesen. Seit welcher Season spielst du? Was heißt es? Wie soll ich keine Chinesen? Bist du keine... Wieso sind dann in deinem Namen chinesische Zeichen? Magst du Reis, hä? Magst du Reis, hä? Reis ist das Beste. Ja, Lisa, seit welcher Season spielst du? Null. Krass, was ist dein Kill-Rekord? 16 Solo vs. Solo. 16 Solo vs. Solo. Ja, okay, das ist schon mal besser. Seit Season 7 oder so. Und dann... Und dann... Warte, du spielst seit Season 7 und willst mir erzählen, dass Jungs besser sind, hä? Ja, ich war dankbar, hörst du. Ich hab mit vielen gespielt und kann mir meine eigene Meinung machen. Lass mal Lilli helfen. Ich hab aber auch keine Farm. That's right. Ich glaub, der hat nie mal eine Waffe. Fällig lost, Alter. Der hat einen Lama gefunden. War der alleine? Ja, ich schatt schon. Ich hab ihn. Er ist aber nur niedergestreckt. Die Pump gehört mir, wo er hat. Er hat nicht mal eine Pump. Und ihr wollt mir erzählen, dass ihr krass seid. Ja, ja. Dann lass mal bitte, wenn die Runde zu Ende ist, ein 1v1 machen. Ich carry euch schnell zum Sieg und dann machen wir ein paar 1v1s, wenn ihr so krass seid. Und wenn ich gewinne, dann komm ich nach euren Clan, okay? 3 gegen 1. Ja, von mir aus 3 gegen 1. Hier ist eine Pump. Da kannst du jetzt schon einpumpen. Ey, da ist noch ein Gegner, ne? Wo? Ja. Braust du die Pump? Brauchst du schon eine oder brauchst du eine? Oh, ich brauch noch eine. Ich hab, äh, brauche ich schon drüben. Achso, okay, ne, ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab keine. Ey, was ist, was ist denn bei euch los? Ihr habt noch keinen Kill gemacht. Ich dachte, ihr seid Pro-Gamerinnen und so. Habt mich hier getrashtockt, dass ich bad bin. Was denn los? Nach am Arsch der Welt hier. Ist ja auch schlecht. Okay, ich bin bad. Werden wir gleich sehen. Ich hab irgendwie so das Gefühl, diese Ellie wird als erstes sterben. Dann kommt diese Lilly, die scheint auch ein bisschen los zu sein. Und dann die Chinesin. Die Chinesin, Alter. Sag mal was auf Chinesisch, bitte. Bring mal bei. Tut mir leid, aber meine Mutter hat mir verboten, mit dummen Leuten zu reden. Ehre genommen. Vorhaut genommen. Leben genommen. Oh, oh, oh. Okay, der war nicht schlecht. Wenn du keine Chinesin bist, wieso hast du chinesische Zeichen in deinem Namen? Und wie heißt dann euer Clan? Habt ihr irgendeinen speziellen Namen? Ja, das ist so ein privates Ding. Privates Ding, okay. Du musst erst mal zeigen, was du kannst und dann können wir dir alles sagen. Aber das ist auch unsere Einspielrunde hier, ne? Einspielrunde, achso. Habt ihr heute noch gar nicht gezockt. Ja. Ihr mir die Schatze ins Leben gegeben. Ach du Scheiße, deine gibt mir die Idee, Ketchup. Blomance is white. Ich hab einen. Ach ja. Der bei mir ist one shot, der bei mir ist one shot. Ich hol den oben. Ich trug mal diesen. Oh mein Gott, da gibt es 30 Pudels. Ich hab noch einen. Hast du da drei Leute geholt? Aber das ist ehrlich meine erste Runde gerade. Mein auch. Ja, mein auch. Ja, ey, aber wenn das eure erste Runde ist, wir können gerne danach one-one machen. Ey, komm mal her, Lisa, ich hab einen Chuck-Chuck für dich. Ungal, wir holen auch so. So, ihr macht auf krass. Du bist vielleicht gut, aber die anderen beiden sind komplett trash. Ich bin besser als ihr alle. Ihr habt doch gesagt, dass Jungs scheiße sind. Dann hab ich euch nur gesagt, dass ihr trash seid. Das ist auch so. Warte, aber wieso redet ihr, wenn ihr schon tot seid? Das verstehe ich nicht. Ja, jetzt kommt kein Gegenargument. Wo man halt dagegen nichts sagen kann. Wie gesagt, unsere erste Runde. Das ist auch meine erste Runde. Ey, Lisa, brauchst du ein Jump-Pad? Ich werde von hinten angeschossen. Ich wurde mies gelasert. Wo ist der Jagger? Okay, ich gebe mir nichts mehr. Okay, dann hole ich die. Okay. Ich hab mir ja Trug gegeben. Wo war das drauf? Was soll ich machen, Digger? Was ich halt nicht verstehe, ihr habt die ganze Zeit eine große Fresse und ich überlebe halt als letztes, weißt du? Das verstehe ich halt nicht. Ja, weil... Das hat nichts mit drauf gehen zu tun. Du hast doch ganz genau gesehen, dass die mich gelasert haben und ich muss mich healen. Und du bist ein abgehauen. Dann hol sie doch, wenn du so eine Pro-Playerin bist. Der hielt sich erst mal, bevor er seinen Teamex tippt. Oh, Fänger. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ey, ich esse euch alle drei, dann machen wir 1v1s, okay? Ihr wart mir ein bisschen zu frech. Okay, Toxic Chayas, wir machen jetzt 1v1. Ihr habt mich zu sehr abgefuckt, okay? Let's go. Ey, Mann, doch, doch nicht jetzt, Alter. Schirr mal. Du hast doch gesagt... Ja, ich hab Let's Go gesagt, dass... Oh mein Gott, egal. Egal, chillt einfach. Wir machen jetzt ihr drei gegen mich, okay? Ja, wir machen jetzt hier. jetzt habt ihr irgendwie nicht mehr so eine große fresse was da los du bist schon tot was wir konzentrieren zu dritt seit ich muss erst mal halten kommt also jetzt nur noch zu zweit es war so klar dass die chinesen als letztes überlebt oh mein gott hat nicht geschossen maximale höhe oh mein gott scheiße sollen wir wiederkommen ey was ist los wieso seid ihr nicht mehr so toxic alle drei geklärt wollt wollt ihr irgendwas dazu sagen dass ich trotzdem schlecht bin ich habe euch alle drei geholt es war nur glück es war nur glück ich glaube ich alle drei auf einmal und dann soll ich noch einzeln gegen euch ein uhr machen wir machen das so ich habe keinen bock auf euch eigentlich aber wenn dieses video ich würde sagen so 25.000 likes bekommt dann mache ich gegen euch alle einzeln mal nur an wir haben also community falls noch ein video mit den dreien sehen wollt lasst auf jeden fall ein abo das sollte auf jeden fall nur zur unterhaltung dienen wir haben auf jeden fall alle insta ich werde euch von jeder den instagram account unten verlinken und elli macht sogar twitch wie viele follower hast du auf twitch 500 bisschen mehr als 500 macht ja mindestens die 1000 follower voll vielleicht sogar mehr 2000 vielleicht sogar 10k man munkelt und neben meinem kopf werden euch weitere videos von mir angezeigt für den support wir sind kurz vor den 300.000 und wollt ihr noch irgendetwas sagen folgt mir bei twitch ihr sind cool